Ich brauche ja der Dritzastl für das Ganze. Ich habe meine Jacke vergessen, ich trottel. Ich habe meine Jacke vergessen. Geh zu, komm. 4.000 Duschen. Ja, okay. Seien wir nicht hau. Aber das Ding ehe ich jetzt sicher nicht auf. Ich habe keine Zeit dafür. Das ist übrigens das Nächste, warum ich Winzerleimann finde. Wenn du nämlich irgendwo wohnst, ja? Und da nicht vor 12 Uhr am Vormittag einen Backwirt, die sicherst. Du kannst doch sicher sein, dass du da oben keinen mehr fängst. Kannst für dich ganz sicher sein. Es ist so geil. Aber eigentlich sollte man schon woanders sein. Ich lieb's. Das wäre das übrigens Live-Footage, wenn ich einen Strafzettel habe. Ah, ich habe es gestern schon gekriegt. Wurst. Nächstes Ding, wovon ich wirklich big, big fan bin in Wien, ist dieses Produkt, welches man hier sehen kann. Rot. Okay, perfekter Vorführeffekt. Es ist grün. Ab die Post. Und weiter geht's. So, Rosalie. Rosalie. Du müssen sie jetzt schnell ein verbinden ins Handy. Zeig an. Komm. Warum zeig dir den Hotspot nicht an, dieses Gesicht. Hallo. Warte, zeig jetzt bitte den Hotspot an. Ich traue durch. Ich traue durch. Hallo. Hallo. Ah. Da ist er. Zack, sind wir drin. Und eine. Zoom-Mitting nämlich. Müssen wir jetzt rein. Ich glaube davon. Puh. Tritten Sie es dabei. Beitritt bei. Tritten Sie dem Zoom-Meeting bei. Happy Birthday. So, wir sind jetzt am Weg zum Cyberport. Beim Westbahnhof, denn ich brauche noch ein paar Produkte für mich zu Hause. Ich war nämlich beim Mediamarkt und habe mich eingedeckt mit Streaming-Zubehör, dass ich ab sofort für euch auch auf Twitch streamen kann, beziehungsweise wir auf Videos reagieren können gemeinsam. Ähm, naja, was soll ich sagen? Diese mülchige Dreckser beim Mediamarkt hat genau beidlhaar Ahnung von irgendwas. Da habe ich mir deshalb nur Dreck verkauft und jetzt gehe ich dorthin in der Hoffnung, geschultes Personal anzutreffen, welches mich besser beraten kann. Ja, übrigens, jemand von vorhin hatte nämlich Geburtstag. Deshalb das Happy Birthday. Da ist er. Hoffentlich finde ich da, was ich brauche. What? Was soll ich sagen? Ich wurde nicht fündig. Das Einzige, was sie dort gehabt haben, war so eine Geschichte um 400 Euro. Boah, war nicht fix. Ist das funktioniert? Dass du versuchst, in einer Stunde Gitarre zu lernen. Glaubst du, dass du das bis nächste Woche hinkriegst? Nein, ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Also, es gibt... Es gibt... Ich habe troppe Angst, dass ich... Eingeklaut. Mir geht es nicht so gut. Warum nicht? Ich weiß nicht warum. Wie, warum? Was meinst du? Körperlich? Mhm. Das ist ein Gebirge-Hockey. Ja. Ich habe auch gebar gesagt. Es gibt... 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 Hier eine Toilette. Wo ich rechtwinkelig saß. Also... Ja, okay. Vielleicht ist es doch nicht so besonders. Gibt es das, dass ihr Heißling tiefer gekriegt ist? Ja, das schon. Das... Warum ist das so tiefer? Weil... Bro... Das ist tiefer gekriegt. Hast du es suchen können? Ja, es war nicht so... Es war nicht so schwierig. So gesquenst? Naja... Naja, auf jeden Fall... Habe ich verloren, ne? Optimales Ding. Nein. Upside. Schließlich wohne ich? Ja. Hör auf. Ihr habt schon gesagt, das ist deutsch. Ja, nee. Scheiße, was ich hier sage. Marco! Marco! Ja.